Das Hotel Kreta Natur liegt in Anisaras in Kreta. Das Hotel Kreta Natur ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. 5 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,7 von 6 Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig da nur 5 Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5,4 von 6 Sonnen. Gastronomie. Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5,2 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5 von 6 Sonnen. Service. 4,9 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4,1 von 6 Sonnen. Zimmer. Insgesamt zeigen sich die Gäste zufrieden mit den Zimmern des Hotels. 3,9 von 6 Sonnen werden hier vergeben. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.